So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und heute haben wir ein richtig dickes, fettes Special vorbereitet oder wie auch immer, keine Ahnung. Ich wurde angeschrieben von Timmy Hoodwatcher, das ist hier Husk, Husk aus dem NAR, das es den noch gibt mit seiner Wurzelbehandlung damals. Ja, ist ein Insider, wird keiner hier kennen, kenne ihn nur drüben auf dem NAR-Kanal und so weiter. Der hat mich auf jeden Fall angeschrieben und gemeint, yo, Nightmare34 hat auf deinen Ich-wahr-mal-hirntod-Dreck reagiert, aber du hast es wahrscheinlich schon mitbekommen. Wie soll ich das mitbekommen, ich raff eh nix. Ne, wann, was, wie, wo, ich sende dir den Link, zack, dann hat er mir den Link geschickt, danke für den Hinweis, ich bin gespannt. Ähm, um was geht's überhaupt? Ich hab damals, als ich noch sehr aktiv war mit Musik machen und so, mal den Track gemacht hier. MC Ramses, Ich-wahr-mal-hirntod. Hintergrund, ich habe ganz früher angefangen hier Musik zu hören von Hirntod Records, Blockmonster, Uzi, Schwarz, Jekyll, äh, also Dr. Jekyll, Dr. Faustus. Und, ich fand das immer sehr cool, dass die halt als Horror-Fan, sozusagen, wenn ich Horror-Fan bin, die so Horror-Geschichten erzählt haben. Splatter-Rap, Horror-Rap, Horror-Core, sonst wie. Also, ich fand, das hat sich wenigstens abgehoben zwischen dem ganzen anderen Mist, Blümchen, Gefasel und so. Das war was, da hast du richtig, wenn du die Augen zugemacht hast, hast das, was da gerade erzählt wird, was gesagt wird, was vorgetragen wird, hast du so gesehen und hast das wie so einen krassen Horror-Film vor deinen Augen rumgeschoben. Das war Kunst. Jetzt, du musstest keinen Horror-Film mehr gucken, du konntest ihn dir unterwegs anhören. Ich fand das, äh, ganz cool, auch für ein Ventil der Seele so, gerade wenn ein was bedrückt, man kann nochmal was rauslassen, man kann nochmal seinen Hass ablegen, andere hören hier Heavy-Metal-Rock-Musik, irgendwas. Bevor sie durchdrehen, machen sie halt mal die Musik laut und... Ähm, bei mir war das damals Hirntod Records, habe ich sogar hier noch ein Mauspad. Ja, mein Mauspad, was hier rumliegt, ist auch schon 10 Millionen Jahre alt. Guckt euch das an, wie das aussieht. Immer noch von Hirntod Records, habe damals viele CDs gehabt, habe viele Klamotten gehabt und habe dann damals diesen Track gemacht, ich war mal Hirntod, wo es eben auch ein Gewinnspiel dazu gab, denn ich habe versucht, möglichst viele Hirntod-Releases, Alben, EPs, sonst was, in einem Track zu verbauen. Habe also zwei Parts gerappt und habe immer mal wieder Alben genannt. Wer jetzt Hirntod Records nicht kennt, wird das sowieso nicht raushören, der wird denken, aha, was ging es jetzt eigentlich in dem Text, keine Ahnung. Aber ich habe halt den Text geschrieben und habe das immer mal wieder so verbaut, dass da die ganzen Alben, die ich so kenne, drin verbaut sind. Im Gewinnspiel war es dann so, man sollte zählen, wie viele Alben genannt wurden. Und wer die richtige Anzahl hatte, der hatte dann gewonnen und durfte sich von den ganzen Klamotten, die da gezeigt wurden, ein T-Shirt aussuchen oder ein Pullover oder sonst was von diesen Hirntod-Sachen. Da keiner die richtige Antwort hatte, habe ich sogar drei Gewinnspiele draus gemacht, beziehungsweise dreimal verlost. Habe gesagt, derjenige, der die richtige Anzahl im ersten Part hat, bekommt was. Derjenige, der die richtige Anzahl im zweiten Part hat, bekommt was. Und derjenige, der insgesamt die richtige Anzahl hat, bekommt was. Jetzt denkt ihr, wenn der eine den ersten Part richtig hat und den zweiten Part, dann hat er doch insgesamt auch richtig. Aber insgesamt zählt ja auch die Hook dazu, also auch was in der Hook genannt wurde, musste damit reingezählt werden. Das war ein bisschen verzwickt. Manche haben es aber geschafft, im ersten alles zu haben. Manche haben es im zweiten geschafft, alles zu haben. Aber es gab insgesamt nur ein, zwei Leute, die insgesamt dann beim zweiten Aufruf die richtige Anzahl erraten haben. Also bei der Auflösung sieht man das auch alles. Da ist der Track nochmal durchgelaufen und es wurden auch die Namen eingeblendet von dem Album direkt an der Stelle, wo das gesagt wurde. Fand ich damals auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Viele sagen bis heute noch, dass das der beste Track war, den ich je gemacht habe, weil der einfach richtig gut klingt. Das Video, schön oldschool-lastig. Sieht halt aus wie, man stellt sich da verloren irgendwo in die Ecke. Und jetzt hat also Nightmare 34 wohl eine Reaktion dazu gemacht. Die habe ich selber noch nicht geguckt. Kenne ich nicht. Was ich aber kenne, ist Nightmare 34. Und Nightmare 34 gehört, der kommt auch hier aus Thüringen, ja. Nightmare 34, nämlich aus Erfurt. Das werdet ihr auch am Dialekt hören. Ich finde das so genial. Erfurt ist die Hauptstadt von Thüringen. Ich wohne in Thüringen. Erfurt eine Stunde entfernt oder so gefühlt. Aber ich rede ganz anders als er. Beziehungsweise manchmal redet man auch so wie er. Ein bisschen, aber nicht ganz so. Das ist schon fast in Sechseln rein. Und wo wir gerade bei Erfurt's Chainsaw Entertainment sind, guckt euch das an. Denn ich bin nicht nur Hirntod-Fan gewesen. Ich darf das nicht vor das Mikro halten. Ich bin nicht nur Hirntod-Fan gewesen. Natürlich bin ich und war ich auch begeisterter ECE-Fan. Also Erfurt's Chainsaw Entertainment. Mit Pullovern, T-Shirts am Start. Habe da diverse Alben gehabt. Während Hirntod sich vom Sound sehr geändert hat und dann was ganz anderes gemacht hat und die dann immer mehr zerbrochen sind, finde ich, dass Nightmare 34 immer noch genau der Typ ist, der er damals war. Immer noch das im Prinzip macht und darstellt, was er damals war. Und er ist einfach immer noch Untergrund. Es sind jetzt nicht die heftigsten Aufrufe auf seinem Kanal. Die mussten eh einen neuen Kanal machen, alles. Aber ich finde, der ist einfach ein... Den müsst ihr einfach erleben. Nichts für kleine Kinder. Gar nichts für kleine Kinder. Und das Video sowieso. Fallen bestimmt viele böse Wörter. Aber Nightmare 34, den habe ich auch damals bei der Tattoo-Convention, ist er mit seinen Leuten da rumgelaufen. Wir haben doch gerätselt, war das jetzt Nightmare 34 oder nicht? Und ich wusste es nicht. Ich habe dann nur das an den Tattoos erkannt, dass da einer rumgelaufen ist. Man sieht ihn ja meistens nur mit Maske. Deswegen, da war er ohne Maske. Da hast du das jetzt nicht so geblickt. Nightmare 34, auf jeden Fall ein sehr böser, brutaler Mensch. Der macht aber immer noch so heftige Musik. Und irgendwie ist er trotzdem lustig, witzig. Auf seine Art und Weise, so richtig, kann man ihn entweder hassen oder lieben oder mögen, wie auch immer. Ich finde ihn immer noch genial. Also mir macht es immer Spaß, Sachen von ihm zu gucken. Habe schon lange nichts mehr von ihm geguckt, muss ich dazu sagen. Aber jetzt bin ich gespannt, dass ausgerechnet Nightmare 34 eine Reaction auf den Ich-war-mal-hirntot-Track gemacht hat. Schauen wir uns also mal an. Ich habe es selber noch nicht geguckt. Ich muss mal schauen, wie ich das mache. Dass man mich sieht und ihn sieht. Ich mache mal hier Vollbild. Keine Aufnahme. Ich werde als allererstes zum Beispiel mal meinen Rahmen hier wegmachen, weil der halt stört. Und er sitzt da im Bademandel. Okay. Das sieht doch schon mal ulkig aus, oder nicht? Schönes Setting hat er hier. Alles sehr weiß und edel gehalten. Sitzt da mit seinem Headset. Wunderbar. Gucken wir es uns mal an. Ich hoffe, das wird nicht gesperrt. Wir testen einfach mal. Ist die Aufnahme am Start. Wunderbaren guten Morgen. Um 20 Uhr. Ich bin gerade der Dusche empor gestiegen. Und da fiel ich mir doch wie Schuppen von meinen langen Haaren. Heute ist Reaction Time. Hugh Hefner ist tot. Nightmare ist am Leben. Und schon lange, Alter. Echt, das ging von einem vorbei. Die Hardcore Playboy-Legende ist Death Original. Heute kein langes rumgedruckte, kein schwules Intro-Gelaber. Wir starten direkt los. Und zum Zwar auf einen weiteren Hirntut-Diss? Also ein Diss ist es auf jeden Fall nicht. Es steht auch am Anfang des Tracks natürlich dort, dass das eher als Hommage dienen soll. Für die Zeit, die ich mit der Musik erlebt habe. Manche haben auch gedacht, ich war mal hirntot. Hä? Wer warst du denn da von denen? Wusste ich gar nicht, dass du bei Hirntot dabei warst. Nee, nee, nee. Ich war mal hirntot. Ich war mal Fan von denen. Ich war mal richtig mit der Musik so dicke. Und dann ist man von der Musik irgendwann weggekommen, weil die Musik sich stark verändert hat. Ich war also mal hirntot, ja? So sollte das einfach nur. MC Ramses. Ja, MC Ramses auf jeden Fall. Ich war mal hirntot. Mal schauen. Diss. Diss is not a Diss. Aber gut. Ich weiß nicht. Vielleicht, ihr kennt den Track bestimmt nicht. Ihr werdet den Track jetzt auch das erste Mal sehen, denke ich mal. Ich war mal hirntot. Achso, ja. Jetzt haben wir seinen Feld. Dann können wir uns wieder hier hochschieben. Sieht aber lustig aus, wenn ihr jetzt zwei Felder da habt. Komm, wir machen uns auch so groß wie er. Damit ihr von dem Track, äh, von dem eigentlichen Bild gar nichts mehr seht. So? So machen wir das. So machen wir das. Schwammer Hirntot. Fertisch hier. So machen wir das. No Hirn Records präsentiert. 32.000 Aufrufe. Zwei. Ja. Ja, man guckt. Andere Lieder auf dem Kanal haben vielleicht 1.000. Das heißt, das hat gut eingeschlagen. Ja, man hat ja auch gut, äh, durch den Titel natürlich Klicks bekommen. Wenn die halbe Welt Hirntot-Fan ist, dann guckt halt die halbe Welt da drauf. Digga, jetzt nicht. Digga ist die Freundin. Freundin ruft wieder an. Moment. Freundin zur Seite legen. Ist gerade wichtig, ja. Ähm. 32.000 Aufrufe. Ich habe in den Kommentaren, ich habe mal in die Kommentare reingelutscht. Da hat jemand geschrieben gehabt, reagier mal auf Dorfmonster. Dorfmonster kommt mit 100.000 um die Ecke, ja. Wer nicht weiß, wer Dorfmonster ist, ist egal. Dorfmonster sieht man auch immer. Ich war mal Hirntot-Video. Dorfmonster von ihm ist die Michael Myers. Maske, die da rumliegt. Die steht übrigens da drüben auf meinem Schrank. Hä? Was habe ich denn mit Dorfmonster zu tun? Egal. Wer es weiß, der weiß es. Wer nicht, der weiß es nicht. Und deswegen, mach mal weiter. 2014 hochgeladen. Das Like-Dislike-Verhältnis beträgt 406 zu 112. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich kann aber gleich sagen, ich weiß, was da noch so gerappt wird. Der Ramses zitiert hier alle Hirntot-Alben und will damit sein Unmut kundtun, was denn aus Hirntot geworden ist. Okay, er scheint den Track doch zu kennen. Mein Unmut kundtun. Ja. Ich weiß gar nicht. Unmut? Ein Abschied halt, genau. Ein Abschied so. Aber so schlimm finde ich es jetzt nicht. Ich meine, da soll jeder das machen, was er möchte, wenn er damit Erfolg hat. Okay. Man muss ja selber wissen, was man macht. Zum Beispiel, manche machen halt das, nur was angesagt ist. Und andere machen halt das, wohin da sie komplett stehen oder wozu sie Bock haben. Auch wenn sie dadurch nicht den größten Erfolg haben. Das wäre dann lieber mein Weg. Auch wenn man dadurch natürlich selber sich ausbremst. Sieht man ja. Wenn man jetzt hier was spielt, was nicht im Hype ist, aber das spielt, weil man das gerne spielt. Dann wirst du damit keine Klicks ziehen. Wenn du immer nur das spielst, was gerade neu rauskommt, dann hast du zu den meisten Dingen keinen Bezug. Oder, naja, gehst darin nicht auf. Aber, du bist natürlich immer im Trend sozusagen, weil du immer das Neueste machst. Und ich wäre dann nicht neid mehr, wenn ich nicht wie in jeder Reaction einen kleinen Funfact hätte. Ich wollte das damals auch machen. Und zwar, 2012 hatte ich auch sowas ähnliches. Was heißt eigentlich ähnliches? Eigentlich war es genau dasselbe. Ich wollte auch anhand der Hirntod-Album-Titel einen Track machen. Und der hätte wie folgt angefangen. Nicht, dass ihr denkt, ich greife das gerade hier aus der Luft. In drei Teufelsnamen, ich pisse drei Teufel an. Aber das wäre ja so, als dies durchgegangen. Waaah. Wuuuuh. Nightmare. Wuuuuh. Bezeit, dass ich einen ECI-Track mache. Ich mach mal Chainsaw. Eigentlich mittlerweile müsste ich machen. Ich mach mal Bloodsport. Komisches Thema. Er hat ja auch immer mal ein paar Probleme mit Mother Ron gehabt oder so, glaube ich. Naja, egal. Gucken wir uns mal an weiter hier. Und dann haben wir gedacht, ach komm, scheiß drauf. Deswegen hören wir uns jetzt einfach mal Ramses an, der es geschafft hat, aus dem komatösen Hirntod-Dilemma wieder aufzuwachen. Ja, mach mal Hirntod. Los geht's. Ja, vielleicht sollte ich das Licht auslassen einfach. Mit halber Bildschirm zugekleistert. Ich hab auch ein Weiß, folgende Video. Ja, man sieht schon, der Track sollte nicht, wir sind krass, wir bringen euch alle umwürgen. Gleich zum Anfang sieht man einfach nur einen Outtake, wie man als Dorfmonster durch die Gegend steppt und einfach über diesen blöden Baumstumpf stolpert. Ja, also, nehmt nicht alle so ernst. Ich hab auch ein Weiß, folgende Video. Ach, was ist hier los? Der Gute war ja auch bei Bloodsport Records, wie eigentlich fast jeder Fan. Ja, da sagt er was. Das ist halt damals, war das halt, naja. Äh, das ist ein schwieriges Thema, sagen wir mal. Also, man merkt deutlich, dass, ich finde es gut, er nimmt kein Blatt vor den Mund, er, bäm. Das ist genau das, ja, okay. Hören wir mal weiter. Diese Aussage, wie fast jeder Fan, das trifft so sehr zu, ja. Wenn du das vorher nicht weißt, wenn du das nachher weißt, wenn nachher, nach dir plötzlich jeder andere auch sagt, ja, ich bin jetzt auch da gesigned oder ich bin jetzt auch im Label oder Ron hat mich gefragt und bla. Ja, du denkst vielleicht, okay, du verfolgst einen, den findest du richtig stark oder so, musikalisch, sehr abwechslungsreich, macht Bock zu hören. Dann will derjenige mit dir Musik machen, dann will derjenige mit dir featuren, dann will derjenige dich auf seinem Album haben, da freust du dich natürlich, bist begeistert. Dann will derjenige dich auf seinem Label haben, will deine Musik vermarkten, will sonst was. Dass du denkst, wow, was für eine Chance und richtig coole Zeit. Dann hast du dazugehört. Aber wie er schon sagt, ja, im Prinzip jeder hat irgendwann mal dazugehört. Also im Endeffekt war das wohl gar nichts Besonderes. Und es war eine Zeit, die hat mich an sich ein bisschen gepusht, ja. Aber im Endeffekt, was dann, der Schaden, der angerichtet wurde, war viel, 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 viel größer. Und das, was noch aussteht und dieses ganze Drumherum und dieses menschliche Wieder auf einer so verkehrten Ebene, also, ja. Hättest du mal lieber Nightmare gefragt, ob wir ein Feature machen wollen. Wollen wir ein Feature machen? Komm, wir treffen uns in Erfurt. Und er hat sich auch Platzbord tätowieren lassen. Was heißt ja auch, wer denn noch, wer ist denn noch so dumm oder was, ne, also, ja, es ist ein bedeutender Abschnitt, trotzdem in meinem Leben gewesen, mit meiner Musik. Und plötzlich da auf Verkaufsalben von jemandem, der einen Shop hat und der alles da erscheint. Es ist ein Lebensabschnitt, ja. Viele Dinge, die ich mir tätowieren lassen habe, sind ein Lebensabschnitt oder gehören zu meinem Leben dazu. Manche Dinge, die sind nicht mehr aktuell oder die sind einfach überschattet mit Negativität im Endeffekt. Aber es hat dazugehört, es ist so peinlich. Lass mich in Ruhe, ich hab nix gemacht. Funweg Nummer 2. Ich, der Mastermind, der Headliner von Erfurt's Channel Entertainment, hab nirgendwo ein ECE-Tattoo. Alter, aber es ist krass. Damit zeigt er, eindeutig, Platzbord legt sich jetzt mit Hirntutern, oder? Ne, also, visual. Also, so war das damals auch nie gemeint. Aber, Mörder Ron, der Gründer von Bloodsport, hat dann ja auch gesagt, äh, Ramses, warum machst du denn jetzt so nen Track? Du bist bei Bloodsport und alles, du machst jetzt hier so nen Track. Ah, Digga, ich will da keinen Stress mit Blockmonster und so. Äh, du kannst dich doch nicht einfach dissen. Und ich sag, hä, wieso diss ich die denn? Ich diss die doch nicht. Ich sag nur, das ist ein anderer Lebensabschnitt, so. Ich will mich trotzdem zurückerinnern an die Zeit, wo ich gerne da mit der Musik mich identifiziert hab, so. Äh, eigentlich hat das eine mit dem anderen nichts zu tun, ne? Ist ja, keine Ahnung, ist doch kein Disc-Track. Aber irgendwie hat er da auch etwas Schiss gehabt. Aber zwischen Blockmonster und Mörder Ron ist ja auch einiges passiert. Genauso wie eben zwischen Nightmare 34 und Taser-Film. Ist auf jeden Fall auch viel passiert. Joa. Und von der Grundthematik des Tracks an sich soll das wahrscheinlich so, das soll das zum Ausdruck bringen. Das soll das... Nein, soll's nicht. Nein, nein, nein. Aber jetzt ist mir klar, dass es jeder denkt. Deswegen kamen auch etliche Leute ins Schreiben. Hä, wie kann man nur Hirntodissen? Du Hurensohn. Was soll das? Schmo in der Hölle. Ich fisch deine Mutter, Junge. Ich denke, hä? Ich hab dich doch gar nicht getisst. Suggerieren, dass hier... Platzworte und Hirntod wieder mal im Gespräch sind. Also da kommt es zumindest jetzt, wenn ich das so sehe, rüber. Verdammt. Ja, da hab ich mir das selbst ein Ei gelegt wahrscheinlich. Einfach die Szene rausgelassen, ne? Bäm und dann... Ja. Nachträglich rausschneiden oder verpixeln, dann macht sich darüber keiner Gedanken, weil das den Track wohl in ein ganz anderes Licht rückt. Es war mal Hirntod und die Zeit hat sich verändert, denn die Zeit hat mich verändert, bin erwachsen, bin kein Gangster. Hirntod, hab so Hürn noch abgelegt, gehe weiter meinen Weg und bin jetzt Rapper PSP. Ich war mal Hirntod. Aha, er geht jetzt weiter seinen Weg, er ist Rapper bei PSP. Ich war mal Hirntod. Na ja, ich muss sagen, Rams ist eine Stimme, ist jetzt nicht gerade geeignet für Rap. Also empfinde ich, das klingt echt... Es... Ich muss zugeben, wenn ich selber irgendwas mache, ich merke immer, es tut in den Ohren weh, ja? Die Mische ist meistens nicht vorhanden. Die Mische ist meistens richtig dreckig. Wenn ich Isbo irgendwas schicke, er sagt immer, er muss da immer die Spitzen rausschneiden. Das ist zu hoch, ja? Das ist zu hoch, man muss die Spitzen rausschneiden. Die Mische ist dreckig, das wirkt alles unsauber. Meistens, wenn die Leute einen mischen, mischen die so, dass der Beat präsenter ist als ich. Dann klingt das sogar sauber und annehmbar. Aber ich sag, nee, nee, das bin nicht ich. Das klingt ja wie Profi. Nix Profi. Ich, ich. Mach mal hier, dass das klingt wie... Ah, meine Ohren bluten! Daddies Ramses, ne? Das war schon immer so, das wird so bleiben. Trotzdem gibt's Leute, denen das gefällt. Ich kann mir... Wenn ihr ihn rappen hört, er... Er klingt halt... Er knenkt halt nicht, ja? Er knenkt nicht. Ich knenke hingegen. Dann ist das eher so wie Dorfmonster. Man müsste Dorfmonster und Nightmare 34, das wäre eher irgendwo ein bisschen so in einem großen Teich zu finden. Aber Ramses und Nightmare... Ramses ist halt Ramses, ne? Was will man das sagen? Ganz, ganz seltsam. Also hier hört man's ja. Er zitiert hier die ganzen Hirntutalben. Erster Mai. Der Grundstein war gelegt wie ein Pflasterziegelstein, der durch die Szene fegt. Was? Ein Zwiegestein fegt doch nicht durch die Szene. Vielleicht durch die Szene. Alter, okay. Aber jetzt... Das war ja eh kein Titel. Jetzt wissen wir ja schon, worauf's hier hinausläuft. Drei Teufels Namen. Wir passen mal auf. Er hat 1. Mai und Süßes und Stich, habt ihr schon mal aufgezählt. Und in drei Teufels Namen. Nicht, dass die Waffen sprechen, plane einen Namen auf klar auf. Doch Musik ist Therapie und der Gedanke löst sich auf. Denn in drei Teufels Namen gäbe es heut. Keiner war im Balkan. Keiner kann FMV Musik gestern. Gesichtart des Todes, kenn ich nur zu gut. Die Gedanken, die sind gleich, vielleicht bin ich ein Misanthrop. Ich wohne in einem Haus, davor steht eine Bank. Seht sich auf dieser Bank, seh ich Flüsse aus Blut. Der Miskar aktiv in seinen Mord. Flüsse aus Blut, kennt man wohl nicht. Mordinstrumente, kennt man wohl nicht. In drei Teufels Namen war da erst da. Da ist sogar Misanthrop dabei. Das Album von Dr. Jekyll. Was trotzdem offiziell wohl nie released wurde, aber es trotzdem eigentlich immer gab. Er schüttelt nur mit dem Kopf die ganze Zeit. Er schüttelt nur mit dem Kopf. Schüttelt nur mit dem Kopf. Also das ist, also, ich weiß, dass mein Text, ich hatte ja eigentlich schon fast einen ganzen Part gehabt und da war wirklich übergreifend die Rap-Alben, die haben halt, das war halt ein schönes Konstrukt. Und hier sagt er, ich sitze, ich habe ein Haus und vor dem Haus steht eine Bank. Ich sitze auf der Bank und dort fließen Flüsse aus Blut. Das ergibt alles irgendwie keinen Sinn. Aber Hauptsache ist, wir hatten einen Albtitel erwähnt. Auf jeden Fall Flüsse aus Blut hat er jetzt erwähnt. Er hat Lass die Waffen sprechen erwähnt. Er hat Amoklauf erwähnt. Er hat Gesichter des Todes erwähnt. Was by the way ein geiles Album ist. Und auch noch unser, ja, möchte ich sagen, Erstkontakt with Hurt. Obwohl der erste Kontakt mit S-Bahn-Mördern, U-Bahn-Mördern ja begonnen hat damals auf schwarze Messe, schwarze Messe, wir geben auf die Fresse. Instrumente, Schlachthof, Nerut, es gibt auch frische Lenden. Mörder sprechen nicht, wir sind zu hart für den Markt. Bleiben tief im Untergrund, bis erster Mai Steinschlag. Da waren auch vier Sachen wieder auf einmal. Mörder sprechen nicht, zu hart für den Markt, tiefster Untergrund, erster Mai Steinschlag. Bam, das sind auch wieder... Er ist nicht begeistert. Schon wieder erster Mai Steinschlag, jetzt kommt die geile Hook. Ja. Das klingt total komisch, also wirklich ganz komisch. Aber er hat natürlich jetzt dadurch, dass das released ist, mir ja das Konzept weggenommen. Jetzt müsste ich ihn ja anzeigen, so wie es die absoluten Ehrenmänner immer machen. Nein, Ramses, Kuss geht raus, oder der Pokémon Ghost Rufo. Was mir auch... Es gibt ja auch sowas wie Doppelschöpfungen, ja. Gibt's? Aber irgendwann kommt immer einer und sagt, ey, der war der Erste, der das gemacht hat, du machst das nach, obwohl der Zweite den Ersten vielleicht nicht mal kennt, die Sache nicht kennt, auch so eine Idee hat, auch sowas macht. Aber dann wird man immer gleich dumm angemacht, so, ey, du hast es nachgemacht. Junge, es gibt so viele Sachen, wo einer eine Idee hat. Wieso kann es dann nicht, wenn einer die Idee hat, so sein, dass irgendein anderes Individuum auf diesem Planeten dieselbe Idee hat? Gibt's? Fertig. Sag mal, der... Der kennt mich ja besser als ich mich selbst. Der weiß ja alles über mich. Nein, Ramses, Kuss geht raus, du hast doch Pokémon Ghost Rufo. Was mir auch, by the way, sehr gut gefällt. Ja, nein. Ich blick bei ihm nicht durch. Er... Er meint sicherlich vieles ironisch. Keine Ahnung. Also, ich feiere ihn auf jeden Fall trotzdem. Auch wenn ich hier insgesamt vielleicht nicht so gut wegkomme, ne? Gefällt ihm sehr gut. Pokémon Ghost Boofer. Hm. Mag er jetzt, dass ich Pokémon Ghost spiele? Oder findet er gut, dass ich das boofe? Er mag bestimmt nicht den Punkt, dass ich anderen Leuten helfe und mich da aufopfer. Das ist ja Quatsch. Vielleicht spielt er auch Pokémon. Los, Ende Misch mal. Freundescode steht in der Beschreibung. Lass uns zusammen Pokémon spielen und in Erfurt mal ein Raid machen. Jetzt fühl das. Jetzt fühl das. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn erreicht. Er fühlt es. Fühlt ihr, wie er es fühlt? Gehe weiter meinen Weg und bin jetzt Rapper BSP. Ich war mal Hirntod und die Zeit hat sich verändert, denn die Zeit hat mich verändert. Bin erwachsen, bin kein Gangster. Vor allem, er sagt, hab noch Hirntod, hab noch Hirn jetzt abgelegt und gehe weiter meinen Weg, bin jetzt Rapper BSP. Und er hat ja auch No Hirn hier tätowiert. Das heißt, er hat irgendwann, Ramses, hast du irgendwann sämtliche Logos tätowiert? No Hirn ist ja nicht Hirntod. No Hirn ist ja mein eigenes Label gewesen, was ich so ein bisschen satirisch aufgezogen habe. Deswegen gab es ja statt Blockmonster dann immer Dorfmonster und statt Dr. Faustus, Dr. Fistus. Und No Hirn sollte das Konzept haben, eben nicht, wir sind alle böse und bringen alle um, sondern, yeah, man kann seine lustigen, absurden Gedanken zu Blatt bringen und eher lustigen, trashigen Rap machen, sonst wie einfach Spaß haben mit der Musik. No Hirn. Einfach ohne groß nachzudenken. No Hirn. Einfach nur Musik aus dem Bauch heraus. No Hirn. Hat nichts mit Hirntod zu tun. Bevor man sich Hirntod-Records tätowiert, lässt man sich lieber das eigene Label tätowieren. No Hirn. Ich dachte, er weiß das. Ist das jetzt... Er ersetzt das jetzt trotzdem mit Hirntod gleich, glaube ich, dass er jetzt dann sagt, dass... Ah, ich habe Blatt-Sport tätowiert, ich habe Hirntod tätowiert. Wo ist das ICE-Logo? Wo ist es? Krass. Krass. Aber... Ich glaube, macht Ramses überhaupt noch Musik? Ich weiß es gar nicht. Ramses, wenn du das siehst, Junge, schreib in die Kommentare. Machst du noch Musik? Wenn ja, es gibt kein Feature. Da brauche ich auch nicht reinschreiben in die Kommentare, oder? Äh, an sich mache ich noch Musik, ja. Weil der ist, wo mich immer nervt, der immer sagt, Ramses, komm, wir machen die auf die dicken EP im Sommer, Teil 3, komm, lass uns wieder ein Lied machen, lass mal ein Feature machen, Ramses, Ramses, also... Der eine, der sagt, boah, es gibt kein Feature, und der andere, der überhäuft einen und drängt einen dazu, immer zu feeden, ne? Aber wir müssen die Welt schützen. Wir können der Welt nicht noch mehr Ramses-Lieder und Features geben, den Leuten bluten die Ohren. Ich sage euch. Obwohl vielleicht natürlich damals das noch ganz anders war als jetzt. Obwohl, ne, ach komm, die Stimme ist immer noch dieselbe. Mischer wird sich auch nicht verändert haben. Es ist vielleicht ein kleiner Unterschied zwischen 2014 und jetzt 2021. Ja, 2021 haben wir aber trotzdem. Mit Qualität braucht man mir hier nicht ankommen. Und ja, ich schreibe einen Kommentar dann auch. Aus der Kruft, zwei Chirurgen drehen durch, es fliegt Hass in der Luft. Speedfreak, Hurensohn, Holocaust, weiter Teil, bis mein Kopf, denn verblasst, denken an Vergangenheit. Was alleine steh ich da, bin die ein... Er wurde auch im Text genannt. Das war Speedfreak. Und alle haben gesagt, ey, der hat dich Hurensohn genannt, Speedfreak hat Hurensohn gesagt, aber ich habe ja nur den Album, das Album genannt, ja. Weil es gibt ein Album von Schwarz, das heißt Hurensohn Holocaust, ne. Und deswegen habe ich Speedfreak, Hurensohn, Holocaust, zweiter Teil, boom. Man hat einfach nur aufgezählt. Das ist, man hat nicht gesagt, Speedfreak ist ein Hurensohn. Man hat gesagt, Speedfreak und dann Hurensohn Holocaust, zweiter Teil von dem Album und so, so. Man hat einfach nur ein paar Gedankengänge, so. Kann er nicht kennen. Wenn er den kennen würde oder die Geschichte, da würde ich einen Besen fräsen, ne. Selbst Desperados gab es als Album, ja. So Wild-West-Musik mit Schwarz- und Blockmonster. Desperados, das Album. Er fühlt. Er hat jetzt im zweiten Part zwei Chirurgen dreht durch. Wir bringen das Drama. Scheiß auf Hip-Hop oder Hopp. Mörder sprechen nicht. Und noch ein paar andere. Das ist jetzt, das ist halt, wie gesagt, die Idee ist geil, aber wie er es hier gemacht hat mit diesen ganzen Zweckreimen. Und das ist irgendwie, also diese versuchten, wie soll ich das jetzt sagen? Ey, das ist so schlecht, ich kann es nicht mehr beschreiben. Dieses versuchte, ich finde einen Reim auf diesen Albumtitel und sag einfach irgendwas. Also das ergibt, also leider ergibt das für mich keinen. Hey, das habe ich doch nur gemacht bei Mordinstrumenten, dort frische Lenden. Der Metzger ist aktiv, es gibt dort frische Lenden. Mordinstrumenten, dort frische Lenden. Ansonsten habe ich doch nicht großartig versucht, irgendeinen Reim auf irgendwas anderes zu finden, sondern ich habe einfach irgendwas auf irgendwas gereimt. Dann irgendwann habe ich mal wieder einen Albumtitel genannt, aber meistens habe ich doch gerade auf den Albumtitel gar keinen Reim gemacht, dachte ich. Schlecht. Okay, danke, danke für das ehrliche Feedback. Wirklich ein Sinn. Aber. Ha! No Hirn. Ohne Sinn. Nicht nachdenken, sucht da keinen Sinn drin. No Hirn. No Hirn Records. Wir geben uns den Track hier hin. Gehe weiter, meinen Weg um, den in Track ab DSP. Ja, mal Hirn, zu. Doch die Zeit hat sich verändert, denn die Zeit hat mich verändert, denn die Zeit hat mich verändert, wenn erwachsen, wenn kein Gangster. Hirn, zu. Das ist übrigens Dorfmonster, ja. Also die Michael Myers Maske, die da hinten steht. Und wisst ihr Bescheid. Platzwort. Ach, er hat sogar noch ein T-Shirt vom Platzwort an. Ja, der Dorfmonster im Wald hat auch einen Baderon-Pullover angehabt. Das ist zum Glück nicht aufgefallen, ja. Sonst wäre hier gleich aus der Hose gehüpft wahrscheinlich. Und der Isbo hat noch die Sachen verkauft am Ende, ja. Das war's. Wer ist das hier? Wer brennt hier, Freunde? Wer ist das? Speedfreak. Irgend so ein Typ mit der Brille. Ja, wir sind gegen Brillenträger, ne. Habt ihr vorhin schon gesehen, das Bild wurde zerrissen, jetzt hängt es an der Wand und brennt. Ja, das ist voll die Effekte, oder? Richtig heftige Story. Wir hören keinen Beat mehr, wir hören nichts mehr. Ja, wir sehen nur noch. Ne, hier die ganzen Hirntot-Klamotten, ne. Kannst ja alle kaufen, ne. Mach ich dir Sonderpreis, nimmst du zwei, ne. Zahlst du fünf. Aber nur hier bei MC Romsen, ist direkt vorm Videodreh. Hirntot, ihr wisst Bescheid, ne. Ist so dick ist es wohl, ne. Undercover, die ist mir total vermummt im Gesicht, ne. Und hier, gucken Sie mal hier die schönen Hirntot-Klamotten an, ne. Guckst du mal hier, Junge, hier hab ich alles, ne. Alles wunderbar, ne. Und da kannst du kaufen, ne. Sonderes Spezialpreis, ne. Aus, cut. Okay, das letzte hätte man jetzt nicht gebraucht, aber. Ja doch, no Hirn. Wir müssen ja die Ernsthaftigkeit aus der Sache rausnehmen. Mensch, Neidmeer, lass mal ein bisschen Sonne in dein Leben. Mach den Mantel auf und schmier dich ein mit Senf und dann. Ne, ja. Ja, das war Ramses, der mal Hirntot war. Der mal No Hirn war. Und der mal Blattspot war. Jetzt ist er ein Pokémon-Spieler. Mal sehen, wie lange. Nein. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich mach mal Spoofer. Genau, wenn dann die Spoofer-Apps tot sind. Aber nur, ich mach mal Spoofer. Komm dann hinterher. Außer, dass du mir das Konzept vor der Nase weggenommen hast. Ich hätte es nämlich auch gerne gemacht, aber. Das nennt man doch. Geistiges Eigentum, glaube ich. Genau. So wie wir das gemacht haben. Mit Doja Demon. Geistiges Eigentum. Stehlen. Sich daran bedienen. Ja. Kurze, knackige Reaction. Wir haben nämlich gar keine Zeit. Wir haben keine Zeit mehr. Der Nightmare muss weg, du Scheikskern. Auf Wiedersehen. Wie lange haben wir denn überhaupt? Ach, sind wir doch bei 12 Minuten. Knackige, kurze Reaction. Das reicht. Und das 12 Minuten macht der Ramses seine 38 Minuten. Also, ja, bitte schön. Äh. Nö. Fand ich trotzdem cool. Gebe ich mal einen Like. Ich werde auch gleich noch einen Kommentar schreiben. Also, wer mal mehr von Nightmare 34 sehen möchte, der gibt einfach mal ein. Nightmare 34, ne? Oder ECE, Erfurt's Chainsaw Entertainment. Er hat ja hier kein, äh, er hat ja hier jetzt nichts verlinkt. Also, nicht hier Link zum Video. Wer das Video ganz sehen will, manche machen das ja auch. Manche Reaction-YouTuber, die sagen, hier, da seht ihr die Vollversion von dem Video. Hier seht ihr den Kanal von dem Typ, den ich gerade, äh, angeguckt habe. Aber hat er darauf verzichtet? Deswegen, wir verzichten auch mal drauf, jetzt die ganzen Links unten reinzupacken. Ich sage euch aber trotzdem, äh, Nightmare und Virus, Virus, King Virus, ne? Äh, vier, ja, kennt man. Nightmare 34. Schaut einfach mal. Ihr müsst einfach mal nach ECE googeln, ja? Erfurt's Chainsaw Entertainment. Die machen trotzdem richtig heftige Musik und sind sich treu geblieben. Immer noch Untergrund, lastig. Gute Sache. Jetzt Reactions. Werde ich mir, glaube ich, trotzdem mal ein paar angucken. Wusste ich nicht, habe ich nicht mitbekommen. Danke nochmal an Timmy für den Tipi. Und, ja. Wie fandet ihr die Reaction sonst was? Schreibt's mal rein. Wie findet ihr Nightmare 34? Wer findet, wie findet ihr den Ismo, der da am Ende noch hier Klamotten verkauft? Das war's. Und, würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.